hallo hallo wollten wir tanken was wollen sie hier guten tag wir wollten tanken alles klar diese diese diesel bitte hinten rechts genau das auto über die ladefläche moment alles klar mein kopf tut mir leid ich hoffe das geht auch was hast ihm gegeben ich hatte kein geld dabei cool und dann auch noch kaffee so das was die mögen er hat es auch von polizisten bekommen kann ich kauf nein ja wenn die fragen sind wie ich das bekommen habe sagt oder wohin gehen wir zum drogen dealer moment ist richtig ist richtig einfach der straße folgen bei dp 13 dann geradeaus statt der straße folgen aber es kommt noch lalala ach so ich weiß gar nicht wo wir aufgehört haben aufzunehmen ich weiß nicht so aufnahmen gestartet da habe ich ja schon vorhin als dass wir bei den bullen angekommen sind ach so ja kopfschmerzen ja ich weiß nicht wo wir zuletzt waren aber wir haben da zwei wagen geparkt dann haben wir dann zehn minuten gewartet es kam niemand und jetzt fahren wir wieder zurück zum drogen dealer und überwachen mal dort was so abgeht nicht also auch so viele leute hinkommen vor allem bei diesen preisen schauen wir mal die preise an die scheiße sind halt echt liebe scheiße wurden durchgeschaut aber alles scheiße nö heroin 8700 desomorphin 8000 6.000 kokain 8.485 morgens waren alle 6.000 marioana 7.200 ist alles gestiegen alles gestiegen alles hin schnell hin was muss ich bei dp 13 äh geradeaus statt der straße zu folgen also einfach direkt runter und gescheit fahren musst du auch bei dp 13 kurz aus der kontrolle gekommen leicht hast du kurz jetzt langsam 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 hier hier rechts ja und jetzt hier geradeaus genau es ist lange wie geradeaus achso ne falsch fahr mal nach links durch ohne den muss das Essen steigen bestes scope für die waffe aber egal hast du so ne ding sniper scope ja geil genau hier jetzt der straße folgen dann kommst du auch gleich zur roggenreinigung bei der nächsten dann rechts und dann links einmal die nächste rechts abbiegen in 150 metern bitte rechts abbiegen ok hier ist echt 150 metern kommt sogar wirklich hin ne das sind's mehr ich glaub mehr ja jetzt sind's schon 250 350 450 in 50 metern rechts abbiegen bitte rechts abbiegen was wenn ich jetzt rechts abbiege das meine ich ja bitte wenden bitte wenden rechts wenden nein jetzt links Alter hör auf so einen auf Gangster zu tun ja voll Gangster Abkürzungen nehmen ja wie oft bist du gestorben weil du Abkürzungen genommen hast wie oft war dein Wagenshot weil du Abkürzungen genommen hast gar nicht ja genau gar nicht genau bitch als ob als ob der so richtig wirklich nie einen Unfall gemacht hätte ich hab Hasenüberfahren bei mir gesprungen ich hab Hasenüberfahren tut mir leid echt Crip ja jetzt weißt du irgendwie wo es lang geht einfach geradeaus durch hier links fahr durchs Gras nicht durch die Straßen what the fuck da vorne fährst du durchs Gras aber hier nicht gell sinnlos hier links da ist so ein Übergang hoffentlich front hier ist kein Stein ja okay jetzt bleib irgendwo stehen markier den Wagen okay fahr weiter fahr weiter da rechts map markieren map markieren mach aber nicht global channel mach Ding nein nein du machst nur einen eigenen shift shift Punkt komm hey get out hier kann ich gar nicht zumachen roll wie gut gut mal schauen wo die sind nicht ob da jemand ist ob da jemand hinkommt ich weiß es nicht an die kommt glaube ich weiß das kann halt ganz gut sein kann aber auch sein als Polizei dort antwort gesundheit verreckt danke ne das letzte war zu viel sorry da musst du jetzt verrecken hier ist clear echt hast du den Wagen abgeschaltet das hinter uns echt lol ein LKW ich bin einfach mitten im Gebiet was machen wir jetzt da habe ich glaube ich gesehen echt der war genau hinter mir siehst du die ne ich bin im Busch ich auch fuck ich konnte ich konnte ja erstmal hinlegen fuck man ich muss mich irgendwo gescheit verstehen verdammt wir müssen gleich überfallen machen ja der Trick die wo bist du du bist näher dran machen wir fünf Sekunden ü was fünf vier drei warum denn nein 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 wir müssen erst mal sehen ich bin auf meinem Ding ich schau mal die sind wahrscheinlich schon weggefahren man ne die sind da noch die sind da noch siehst du die ich sehe den Wagen ja dann lass da hinlaufen okay drei zwei eins go das hat auch nicht der Wagen ist das dein Ernst das hat echt nicht der Wagen das war wahrscheinlich ein Stein der Maul da war ein Ifrit da ist ein Ifrit vorbeigefahren ich habe den sogar gehört ich habe den gesehen lol ich ja ich auch das war genau hinter mir ich laufe durchs Gebüsch und suche nach dem sony brand wer ist sony brand der hat mir gerade geschrieben der die Wagen wird achso achso dein Wagen war ja am Straßenrand äh cell phone sony brand ja wahrscheinlich ist da meiner bald auch dran ah das ist Medizin schade was ist denn achso THW Medizin der ist Medizin er ist wie Balsam für meine Augen immer wenn ich krank bin dann schaue ich mir den sony an und dann geht es mir wieder besser alle wie hier einfach so eine Wand fehlt so ein Stückchen von der Wand hier auch ne ja doch hier auch lol diese Gebäude sind gar nicht safe da muss man zu zweit rein weil die haben zwei Eingänge nehmen mit hybridisch bitte sagt nicht dass ihr beim drum geht so ja wenn die uns gesehen haben dann lass sie wieder gehen haben die es wahrscheinlich hier wieder markiert ich sehe dich auf der Map echt du bist schon nie in deinem Punkt ich sehe dich gar nicht gehst du jetzt ja da war da gerade jemand warte das war ich nö du warst ein ein Drohengieler das war ich du bist einfach behindert echt ja komm mit deinem Wagen zum Drohengieler da hol mich der ab warum läufst du denn nicht ja du kannst mir entgegen kommen du bist ja früh losgelaufen ich fahr da aber nicht hin das ist Umweg zwei Müt Benzin Wagen ja wir sind arm sind wir halt echt im Vergleich zu allen anderen sind wir halt echt arm ich glaube wie man die Wagen sieht gut geparkt jetzt bist du da vorne ich hoffe das bist du ne bin ich nicht so dann ist gut ja geil ich hab's lauter gemacht ganz gleich wieder leiser hallo my little friend bitte fahr mich um oh ich guck geil weil du mich eingefahren hast echt ja ja was machen wir jetzt ich weiß nicht halt einfach auf zu husten ich hab zweimal gehustet ja aber bei einem hast du dreimal gehustet er hat zu viel gegessen er hat zu viel gegessen ja so stimmt oh UBR leader oh shit UBR warte mal okay jetzt wird er wieder richtig richtig halt salty sorry böse wird er was ist das denn was ist das denn was ist das denn Alter ähh warte erst auf die Reaktion warten nicht ge ge nein achso alles klar alles klar bitte nicht wie bitte nicht ich hab wovor denn das ist nicht vor diesen Lappen vor diesen Lappen meinst du es gerade ernst ich ver sp bei von Loki le zwei drei Was? Wie man deine Tastatur hört. Was für ein Kriegstag. Lass mal kurz Dreck kaufen. Huch. Ich hab, brauch gar nichts. Ach hallo Frau Sommer. Hallo Frau Sommer. Ja lass kurz Geld abheben und dann scheiße kaufen. Was wollen wir kaufen? Ja was wollen wir kaufen? 5.000. 6.250. Ne sogar mehr. Mach einfach 8.000. Wir werden so verkacken. Wir machen jetzt richtig. Warum denn? Warum denkst du immer, dass wir verkacken werden? Wir werden nicht verkacken. Du hast doch gesehen, wie scheiße die im Schießen sind. Setz dich rein. Wann ist und passt. Du kannst nie einen Satz richtig schreiben. Wann ist. Ich tue es. Ich tue es. Wer wurde gekickt? Why? Um wie viel Geld? Was? Wo ist jetzt der Praktiker? Praktischer. Musik Je habe es. Musik Musik Bevor es nicht? Musik 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 Mest du? Musik 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 Wann ist das? Joll äh wo bist du? ach hier lol Toolkit, First Aid ja lass mal kurz zum normalen Store gehen zum normalen Store? komm 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 steck ein steck ein was hast du gesagt? was hast du gesagt? ein kleiner Bongo ey überfahren mich mal danke ich hatte 78 HP wir müssen uns eigentlich gar nicht mehr heilen ich weiß warum ich mir auch kein healthpad was ist wenn wir kein Auto haben? dann befällt uns jemand anderes fahrt mir auf der Straße bis jemand kommt so wie die Leute in China mit dem Versicherungsbetrug da wo war das wieder? ich weiß es nicht mehr fern war es fern? das haben wir irgendwie an hier ist Vollkust hier ist Vollkust hier Dika wir lieben Lebensmittel huch warum kaufst du dir kein Essen? Kaffee essen ein oder zwei wahrscheinlich äh vier und wie viel Hunger hast du? ich muss direkt schon mal aus 60 ich hatte 55 ich hatte noch einen Kaffee hat es mir wieder zurückgegeben vielleicht hattest du ja zwei ich hatte einen Kaffee und gehen wir eigentlich gehen wir wieder das Checkpoint vielleicht hier hast du einen Kaffeespawner keine Ahnung ja ich sehe ja immer noch wie dies wie früh ist es boah halbe Stunde er passt schon na das ist aber nicht ich glaube da fährt da niemand mehr durch Quickie geht schon ja für uns aber für die nicht es macht ja keinen Sinn dass sie da durchfahren halbe Stunde vor Server Restart vielleicht voran die jeweils denken so Checkpoint sicher da steht Rüdis drauf das kann doch sicher sein bestes Argument ja ok dann fahren wir lieber dahin du hast mich überzeugt Pamphlet war nicht fair Pamphlet huah alles klar lol der hätte der hätte der hätte wieder angefangen zu fliegen ok aber der ist halt richtig hoch geflogen ja ich bin gesprungen so locker keine Ahnung 10-15 cm hoch musstest du wenn du Mausrad drehst und dann Lärzrast zerdrückst dann hüpfst du wie oft muss ich den drehen einmal ganz kurz lol 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 hm was ist denn los was ist denn dein Problem was ist denn dein Problem ich hab kein Problem nein ist ja gut fahr mal gescheit bitte ich will nicht mein Leben riskieren nur weil du dumm bist ich muss den Data machen während ich fahr dann mach ich gleich mit fährst du dich nachmachen hm na weil du fährst deswegen kack Sam Pepper hier wieder dein Freund kühlen hä was für Sam Pepper alter hä nur ein Prank nur ein Prank nur ein Prank nur ein Prank alles klar dann beende ich damit auch die Aufnahme ich glaube den Dreck schneide ich raus die letzten 10 Minuten die waren richtig sinnlos da haben wir nur im Chat geschrieben deswegen tschüss das ist ein Chat eigentlich Kriegserklärung zu sagen von denen eigentlich muss es ja schon da lassen ja ok das stimmt schon das waren Drogen damit man die Gegner so Eindruck von den Gegner bekommt ja also die haben schon genug einen Eindruck von denen bekommen wie schnell den ihr Klan wächst wie schnell unser Klan wächst ja uns geht es ja nicht um Wachsen ja ich weiß wir können auch irgendwelche Basteln nur kleine zwölfjährige Allmanns mit denen wir zusammen spielen und was bringt das uns? zwölf kleine jährige zwölf kleinen Allmanns und Raffi Raffi ist glaube ich ein Junge ich bin mir das sogar sicher ich glaube auch sei auch cool wenn das Mädchen will wäre halt echt cool aber für einen Jungen ist der mega mega nett und gescheit also ich möchte es trotzdem noch wissen irgendwann müssen wir den fragen vielleicht was müssen wir den fragen? ah das ist von übel Assi ja ich weiß stell dir vor du chillst so irgendwie in dem Spiel und dann sagt so einer hey bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen wie behindert musst du dir dann vorkommen? so hä? warum denn? oh lol hört sich meine Stimme so beschissen an und so das fragt sich wir werden bestimmt auch die ganze Zeit so bestimmt komm du jetzt Checkpoint weil die gerade geschrieben haben ja lass Checkpoint gehen bestimmt schwingen die da wieder sollten die halt echt machen oh Bär also bitte halt dein Maul mit deinen Drecksacken oh Bär bitte ich fahr einfach durch langsam mhm 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 steig ich aus und mach tschüss mhm tschüss tschau man ich kann dich nicht mitnehmen aber egal hat mir zu lange gegete aber tschüss du Betrüger nein doch nein da bleibt alles so wie es hier ist egal ob du daneben bist oder nicht weißt was das Batman morgen nicht so gemacht das Batman vor wie ich bin ok so und dann mal den direkt zumachen ok ich hab meine Pflicht erfüllt Pflicht geh auf den Turm bitte ich geh ins Haus ich geh schon den Wagen bitte nicht da parken what the fuck man damit wir pflichten können nein damit die pflichten können nein dann sehen die das dann sehen die das kann halt echt pflichten wenn nicht mal die Schlüssel der ist offen ah ok 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 ich nenne jetzt mal vornamen ich glaub der hat nicht mal einen Nachnamen also hier nicht Florian bester Name er sagt schon richtig viel über den aus außer du bist jetzt ein Zuschauer und heißt Florian dann sagt es natürlich nichts über dich aus so er steht wieder in dem Buch ok das hat er gesagt das habe jetzt nicht ich gesagt und der hat nichts mit mir zu tun nö so in einer halben Stunde ist Schluss sagt er Admin was ist ein IP man schau nur auf die eine Seite auf die ein zwei Straßen auf die ein zwei Straßen also die von der rechten Seite von der Map aus du musst dort schauen wo die von Kawada kommen erst mal shift p ausmachen so in der halben Stunde ist Schluss wusstest du schon wer ist was ist ein IP man alter kannst du bitte verrecken ne was ist ein was IP man IP was IP man 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 keine Ahnung keine Ahnung Internetprotokoll man keine Ahnung Leute IP steht für Internetprotokoll im Internet auf jeden Fall vielleicht heißt es auch Interpol man was weiß ich warum was ist ein IP man ja hab ich dich ja gefragt ne wo liest du das lol wie viele Leute 68 Leute sind unten ach alles klar und keiner fährt hier durch und wir sehen so viele keiner fährt hier durch wo sind die denn alle alle wir müssen echt mal Kavala uns umsiedeln nach Kavala so Pyrgos und Rebellenstadt gehört zwar uns aber lass einen mal an der Kanzöschen wenn jemand vorbeifährt egal ob du Pilzist oder nicht ja klar vielleicht dann dann kommt so Anlehrer hinter du kannst auch noch anhalten wir haben so fünf Leute hintereinander so ONK ganze Truppe ihr könnt ja auch noch anhalten du stehst ja irgendwann mal vor und so zehn verschiedene komplette Clans die ausrauben die uns auch noch gegeltet werden die uns alle die ihr ganzes Geld geben und ich willst du mich verarschen? so hätte ich viel Geld dabei haben willst du mich verarschen? warum? ich hab V statt C gedrückt bin runtergefallen das darf dir nicht passieren sehr sehr wichtig weil so bin ich gestorben einmal rest in peace me alles klar alles klar alles klar wie ein geiles Video für dich Alter das ist alles klar bitte verhoffen mir irgendwelche Videos zu schicken das musst du jetzt sehen das ist halt echt übel nein das bleibt alles so wie es ist das musst du auch schon schon ich hasse dich das musst du auch schon ich kann nicht geht es so ich schau jetzt so so dass die mich nicht sehen aber ich sehe die gut Leute wir sehen uns wenn es wieder Action gibt und ich schau mir so lange dieses Drecks Video an bis gleich ha 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 ha